Hallo, die anderen Steam-Guckers. Hallo. Hi. Oh. Ah, die sind da anders. Und, wo? Ich weiß nicht, ich hatte Lust drauf. Noch ein halbes Jahr und dann haben wir ein dreijähriges Twitch. Danke, Herr Ruhl, für dein Sub. Ja. Meins kommt auch. Bald. Was? Was? Hä? Was? Hä? Was? Warum? Was? Hä? Mein Sub. Ah. Deine Schuhe. Ach, der hat schon wieder den anderen Charakt... Mh? Da geht's. Tschüss, Flecky. Tschüss. Nehmen wir den hier. So, wen nehmen wir? Oh. So, korrigieren wir mal ein bisschen was an der Lautstärke rum. So, besser. Schiebogen, das ist eine Schiebogen hier. Ja. Ich muss die Lautstärke runter machen. So. Ja, willst du keine Waffen aufladen? Wo wollen wir nicht einfach reisen? Keine Ahnung, ob wir reisen wollen. Weil das letzte Mal, was wir gemacht haben, waren die ganze Zeit... Wir haben uns ausgerüstet. Nein, wir haben den Boss... Äh, sind am Boss 100 Mal krepiert. Am Endboss. Ja gut, dann rüsten wir uns halt aus und laufen dann durch die Gegend. Aber sind wir nicht schon... Ja, das Ausrüsten ist schon fertig. Hab ich doch gesagt. Dann reisen wir halt. Hä? Und Ares hat jetzt auch mehr Punkte. Was, ich hab mehr Punkte? Ja. Wir haben doch da quasi... Ach ja, ja, ja. Gewieb sagt. Ich halte jetzt mehr aus. Und bin schneller im Ausweichen. Uh. Und ich bin... Fast wie vorher. Vielleicht hab ich das ein oder andere Herz mehr. Ja, ein oder zwei. Vielleicht. Eins fehlt mir noch. Eins, zwei, zehn. Oh ja, meine ganze Ausrüstung ist jetzt auf. Fast Max. Wer ist Max? Ich weiß nicht, wer Max ist. Ähm, warte mal. Hier müssen wir nicht hin. Nope, aber hier müssen wir kurz hin, um da anschließend auch rüber zu können. Ach, hier ist das... hier ist das Gate. Ja, ja. Into the Gate. Okay. Warte. Sind wir soweit? Ich bin soweit. Ich hab keine Ahnung, was ich tue, aber ich bin soweit. Ich bin noch am überlegen, ob ich die Waffe direkt wechsle. Ob ich die Waffe nehme, die das Spiel mir dann gegeben hat. Oder ob ich... Komm, probieren wir es erst mal damit. Okay. Dann auf. Ähm. So. Okay. Oh Gott, jetzt muss ich erst wieder... Oha, oha, oha. ...den Mechanik von dem gucken, wie ich das nochmal war. Also, der Teil ist doch der einfache. Okay, ja. Reinspringst mit Kacki-D. Wie ich bei GTFO schon so schön sagte, du nimmst die Waffe in die Hand und es ist... Ach, da solltest du mich rein. Und es ist Kacke, wenn in dem Moment, äh, er ist Bananen. Ach, Mann. Hm, hm, hm. Ach, komm schon. Ah, er wollte mich nicht mehr. Wer dann? Ja, ich hab ihn gerade abgefangen. Das hat er wohl in der Zug noch. Ich nopfe das Mangel, definitiv nicht. Nicht? Nop. Na toll, musst du deinen Arm wegbeugen. Oh, das ist schneller der Ausweichen, das ist echt geil. Das hilft super. Hier, kriegst du einen High-Kreis. Nein, nein, nein. Danke. Au. Ja, Ausweichen hilft. Irgendwer wurde erwischt. Ich nicht. Ey. Sag doch mal vor. Er hasst mich. Echt jetzt? Ah, und er will hinter mir her. Alles klar. Toll. Entschuldigung, ich müsste irgendwo hin ausweichen. Alles klar. Alles klar. Das war so klar. Wenn ich hier mal ein Strahling hin reinhalte, dass der dann sofort auf mich geht. Der ist immer noch auf mich fixiert, seit gerade eben. Ja, naher Kampf schon. Aber die Paketen oder wie auch immer man das nennen will. Der hat keinen Kampf. Der hat keinen Kampf. Der hat keinen Schlag, der ging zu mir. Und es ist ja jetzt nicht so, als ob ich noch quasi eingestellt habe von dem Leveln, was ich so habe. Also verbannt und so. Ja, ich auch. Was mir gerade so auffällt. Ihr seid also volle Vorbereitung. Nicht schlimm, es ist eh nächster Teil. Wir sind mir eh wiederbelebt. Mhm. Gucken wir uns mal wieder. Jetzt kommen wir wieder sterben, sterben. Ja. Ja, dann kann man das überspringen. Ja, ist gut. Danke. Ja. Ja, toll. Strahlen. Ja, genau. Der Heilkreis, der war gut. Ich werde einfach auf zum Blut, wo ich glaube, sehr gut sind. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, okay, ich bin down. ja ich hatte ein problem mit dem wasser da gerade angehauen hat 8 5 3 ja ok so du willst doch auch wieder so bekämpfen ouch das war leider oh ja genau mitten rein ein bisschen mehr als die hälfte ich kann doch nicht jetzt ich mache nicht mann im doch ja ich hätte noch nicht zu können aber wir hatten gut ich muss dann noch mal ein zwei sachen umstellen erst mal steuerung kampf alternativer feuer modus war das ne so maus button zwei natürlich auch eine andere maus ja die zweite mal was was macht denn der nachladen ich habe es jetzt kein debuff gefunden bei ihm also ich habe zumindest nicht aufgaben was habe ich denn schütze weiß freier das ist okay weiße hose ist okay das wollte ich noch tun inventar so was brauchen wir denn da so wir werden nicht eingefroren brauche ich also nicht bestrahlt wenn wir bestrahlt nicht dass ich wüsste so dann tue ich auf jeden fall die eisfrucht rein weil krit ja gut kann sie auch jetzt rein tun älter 60 minuten äh ähm äh 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 im göttlichen nektar tue ich mir rein den widerstand und drei minuten gut dort könnte ich mir rein tun makellose essenz habe ich aber nur drei mhm 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 ok meinetwegen können wir wieder oder wir reisen noch mal kurz zurück und ich gucke mal ob wir auch makellose essenz kaufen können ich habe sie noch nirgendwo gesehen ich weiß nicht mehr was das ist moment ich kann es gerne nochmal erhöht widerstand gegen elementarschaden 15 verringert die aufbaurate von statuseffekten 50% hält drei minuten kann man kaufen ja aber da der kein elementar macht wobei ich weiß nicht ob die kugeln als feuer zählen das sah jetzt nicht so aus und die strahlen bringt die makellose essenz jetzt herzlich wenig naja wir werden sehen wenn der jetzt weniger schaden durch das zeug kriegt dann vielleicht dann gehe ich mal nach links da gehe ich schon mal nach rechts alle bereit jo 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 er Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh, der ist sogar gebrochen. Oh, schau an. Okay, wegen dem. Fein, da. Der mag dich. Na gut, du bist doch unser P.G. Ja, aber er sollte mehr unseren Tank mögen. Ja, toll. Ich versuche ranzukommen, aber ich glaube, er mag mich gerade nicht. Ja, ich halte ihn. Ja, jetzt mag er mich nicht. Au. Au. Und Satsch gehabt. Oh, ich habe keine Mini mehr. Der liegt genügend rum. Da, verdammt. Jetzt habe ich den nicht gesehen. Na, nee, warte, der ist gleich. Nein, der ist gleich. Ich lasse dich mal liegen. Ja, dann lieb die P.G. auf. Oh. Ja. Vielleicht jetzt nicht unbedingt. Fuck. Ja, ist gut. Ist gut. Ob, stirb jetzt. Stopp doch jetzt. Geht doch. Okay, auch. Mann. Ja, ja, ist okay. 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 Au. Ah, es wird wieder gewünscht. Okay, das war also der Fordergrund. Wie komme ich da in den anderen rein? Mit irgendwo rein? Okay. Auf. Die Karte. Der Karte. Oh, Scheiße! Nimm einen Laser. Jetzt opfer ich mich für Blacky. Ja. Jawoll. Jetzt nervt er mit seinen Scheißstrahlen. Mhm. Jetzt kommt Kugel, das ist... Oh, die Kugeln. Und...